Hey Leute! Irgendwie habe ich das Gefühl, die Kamera ist schon wieder schief. Ja, heute kommt das Video über meine Piercings. Das habt ihr euch ja von mir gewünscht. Und dann fangen wir auch direkt an. Ich glaube, mein erstes Piercing war mein Helix. Das war hier oben. Das habe ich allerdings nicht mehr. Das hat bei mir ein Jahr gedauert, bis es geheilt ist. Und ich habe das bei dem Juwelier schießen lassen. Und das war keine gute Idee. Also ich glaube, hätte ich stechen lassen, dann hätte es nicht so lange gebraucht. Natürlich waren die Ohrringe an allererster Stelle und ich habe auch jeweils hier noch ein zweites. Habt ihr aber alle draußen. Meine Tunnel hatte ich ungefähr mit 12 oder 13 gedehnt. Aber erst nur auf einem Ohr. Und ja, das war bis 20 mm und dann hatte ich beide auf 14. Und ja, dem tut halt weh. Leider. Aber es ging bei mir relativ schnell. Ich habe natürlich nicht den einen Monat dazwischen gewartet. Aber mir ist da nichts passiert. Aber ja, das eine von den zwei Ohrlöchern hat sich immer entzündet. Deswegen trage ich da jetzt gar keine mehr. Ja, als nächstes habe ich ein Bauchnabelpiercing. Das habe ich mir ja auch mit 14 stechen lassen bei einer Ärztin. Das ist auch ein bisschen schief, aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Das hat damals 15 Euro gekostet. Deswegen, ja. Als nächstes hatte ich dann so ein Smiley Piercing. Also hier im Lippenbändchen. Das habe ich mir, glaube ich, mit 15 stechen lassen. Auch bei der Ärztin. Und das hat geblutet wie Sau. Aber es tat auch überhaupt nicht weh. Bauchnabelpiercing tat auch nicht weh. Ich glaube, der hat das sogar betäubt. Deswegen ist es, glaube ich, sogar schief geworden. Ja. Und dann die nächsten Piercings. Die habe ich alle in Cottbus machen lassen bei Stahlstich. Da ist irgendwie freitags immer für 40 Euro, glaube ich, ein Piercing. Und ich glaube, mein nächstes war ein Nostriel. Also hier so an der Seite. Das hat auch sehr geblutet, aber man hatte zwar kurz eine Träne, aber das tat auch nicht weh. Dann habe ich, glaube ich, mein Saptum machen lassen. Ich bin mir aber gerade unsicher. Auch bei Stahlstich. Ja, das tat auch nicht wirklich weh. Und ja, auch 40 Euro. Dann war ich in Bad Oeynhausen. Und da war ich in Bielefeld. Nein, das darf man nicht. Aber ich war in Bielefeld und da habe ich mir hier so einstechen lassen. Das ist jetzt ein Tragus. Das tat schon weh. Man hat doch richtig gehört, wie das so durch den Knorpel durch ist. Und das hat, glaube ich, auch 40 Euro gekostet. Ja. Und die Abheilung war super. Genauso wie beim Saptum Nostriel. Das hat alles geklappt. Also hier hatte ich mal ein bisschen Bildfleisch, aber da hatte ich Tyrosol genommen. Das ist so ein Gel. Das könnt ihr in der Apotheke holen. Und damit ist es dann auch gut weggegangen. Und dann kam, glaube ich, mein Medusa. Das habe ich auch in Cottbus machen lassen. Mir hatte jemand gesagt, dass das nicht richtig mittig ist. Das ist leider auch so. Das habe ich jetzt gerade draußen. Heute habe ich mein Saptum noch drin. Mir ist es halt einfach sonst zu viel im Gesicht. Und ja. Viele haben gesagt, dass die Lippe total anschwillt. Bei mir war das überhaupt nicht so. Also es gibt auch Fälle, bei denen es nicht so ist. Also habt da keine Angst. Und ja. Dann das zweitschlimmste Piercing war wahrscheinlich mein Zungenpiercing. Und das habe ich mir in Hamburg stechen lassen. Bei einer Freundin. Also mit einer Freundin bei einem Piercingstudio. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ich glaube auch 40 oder 60. Und es war so schrecklich. Ich konnte drei Tage lang nichts mehr gegessen. Natürlich habe ich gleich am ersten Tag Suppe mit irgendwie so Bruschetta-Brot gegessen. Oder Bruschetta. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und es tat echt weh. Und meine Zunge war auch richtig angeschwollen. Ich hatte mega Angst. Aber das ist dann Gott sei Dank auch wieder weggegangen. Ja. Ich glaube, das war es eigentlich schon. Ich muss gerade kurz überlegen. Ich hatte eigentlich gerne noch Cheeks gehabt. Aber jetzt mittlerweile denke ich mir so. Also ich habe hier so Grübchen. Da sieht man schon gar nicht mehr so. Habe ich ja eigentlich von Natur aus. Und ich weiß nicht, wenn dann da so die Löcher sind, ob ich das schön finde. Ach so genau. Mein letztes Piercing war hier so ein. Wie heißt denn das? Venom? Nicht, dass jetzt was Falsches sage. Wie hier so durch die Lippe und hier unten durch. Ja. Da haben mir auch viele von euch gesagt bei Instagram, ja das sieht scheiße aus. Ähm, deswegen habe ich es... Also nicht deswegen, aber mir hat es selber nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich es wieder rausgenommen. Das habe ich mir ja kurz nach dem Krankenhausaufenthalt stechen lassen dieses Jahr. Und das hat tatsächlich 60 Euro gekostet in Berlin. Ja, ich habe auch einen Tätowierer, den würde ich euch nicht empfehlen. Aber ich möchte jetzt auch keine Namen sagen. Jedenfalls, wenn ihr euch tätowieren lassen wollt, dann geht zu einem guten Tätowierer. Übrigens gibt es über meine Tattoos auch schon ein Video, das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Ich kann es ja mal verlinken. Und ja, genau. Ähm, mein Wunsch ist es eigentlich noch hier so unter den Schlüsselbeinen so eine... Ähm, wie nennt man das? Implantate. Na, nicht Implantate, sondern halt so eine Piercings. Mir fällt jetzt gerade nicht der Name ein. So eine Surface-Dinger oder so eine kleine Platten, die dann da drunter kommen. Das hat mir eine Freundin von mir gehabt. Das hat aber nicht lange gehalten. Deswegen bin ich mir da so ein bisschen unsicher. Und ich denke mir immer so mit den Haaren, wenn ich die so kämme. Nicht, dass ich dann so da dran komme. Ja, mal sehen, ob ich das mache. Hinten im Nelb fand ich auch super cool. Hatte auch, ähm, mein Vorbild. Äh, fand ich auch mega. Habe ich aber nicht gemacht, wegen... Auch wegen den Haaren. Und ich finde es auch manchmal schön, wenn man hier so ein Steinchen hat. Das würde ich aber nicht machen. Ich weiß nicht. Ich glaube, mich würde das einfach irgendwann nerven. So an der Lippe und so finde ich gar nicht schön, muss ich sagen. Hier finde ich schrecklich. Da finde ich auch nicht toll. Ich meine, es gibt Frauen, wo das richtig schön aussieht so. Aber ich finde es einfach jetzt nicht so... Also an mir würde ich es nicht gut finden. Das ist ja wie mit den Tunneln so, ähm... Also ihr seht, es ist gut zurückgegangen. Ich glaube, es passen noch 6 mm rein. Aber dafür, dass es 20 war, das ist schon gut zurückgegangen. Ich habe mal nachgefragt, wie teuer das ist, wenn man das zunähen lässt. Und das kostet wohl um die 200 Euro. Das ist heftig. Ähm... Ich habe meine Haare übrigens jetzt dreimal mit Reinigungsshampoo gewaschen. Also wie ihr seht, das geht wieder raus. Im Dezember lasse ich mir die auch wieder, ähm, schön, ja... Weißblond färben und den Ansatz wieder schön dunkel. Ähm... Ich glaube, mit dem Braunen, das traue ich mich einfach noch nicht so, weil ich halt meinen Blond sehr gerne mag. Und ja... Dann wisst ihr ja, am 5. Dezember ist es soweit. Dann wird mein Arm weiter tatouiert. Ähm... Ich möchte auf jeden Fall das hier auch noch ein bisschen dunkelroter haben. Und ja, dann kommen hier so Sträucher, Himmlern und sowas hin. Also ja, wie es genau dann aussehen... Boah, ich habe irgendwas im Mund. Wie es genau aussehen wird, äh... Das werde ich euch ja dann zeigen. Und... Ja... Gibt es noch Neuigkeiten? Eigentlich nicht weiter. Falls euch das noch mit meinem Gewicht interessiert, es ist immer noch nicht stehen geblieben. Ich bin etwas enttäuscht, weil ich esse jetzt wirklich nicht viel mehr. Ich esse eigentlich ganz normal, aber ich denke, das wird sich irgendwann wieder einrenken. Ich mache jetzt auch bald Sport. Und... Ja... Genau. Ich glaube, das war es soweit. Wie gesagt, über meine Tattoos gibt es schon ein Video. Das kann ich euch, wie gesagt, verlinken. Und... Falls ihr noch Fragen habt oder so, ob ich jetzt noch mehr Piercings möchte, also ich würde mir schon gerne noch mal eins machen lassen. Ähm... Ich denke mal, auch hier so... Nochmal hier so... So ein Conch heißt das Conch, oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Hier so eins vielleicht. Ähm... Das trage, das finde ich halt echt schön. Und eventuell halt diese. Und Tattoos habe ich euch ja schon erzählt. Ich finde das auch interessant, wenn man sich so die Augenbrauen so... Jetzt kommt hier mein Begriff. Micro-Blanding. Keine Ahnung. Wenn man sich so die Augenbrauen so tätowieren lässt. Also mit permanent Make-up. Aber... Ja, ich weiß nicht. Eigentlich habe ich schöne Augenbrauen, aber... Mal sehen. Ähm... Genau. Dann... War es das jetzt, glaube ich, wirklich? Ich denke... Ja, mir fällt mir dazu jetzt nicht ein. So ein Implantat übrigens würde ich nie, nie machen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch ein Implantat machen lassen würdet. Also zum Beispiel so ein Stern oder so unter der Haut. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, wie viele Piercings ihr habt und welches am schmerzhaftesten war. Ähm... Und ja... Dann war es das, glaube ich, soweit. Und... Bitte, bitte schreibt mir eure Video-Wünsche in die Kommentare. Das freut mich immer sehr. Und ich mache das auch sehr gerne. Und es gibt noch eine Neuigkeit. Und zwar habe ich jetzt einen Blog. Sahre ist nie live auf blogspot.de, bla bla bla. Ich schreibe es in die Infobox. Ähm... Da schreibe ich halt so immer so ein bisschen, wie es mir gerade geht oder was ich denke oder sonst wie. Ich habe da jetzt erst einen Eintrag, weil ich mal gucken wollte, ob euch das gefällt, weil ich wollte ja nicht, dass es euch irgendwie deprimiert oder so. Das ist einfach nur so ein bisschen melancholisch, aber... Ähm... Ja, so denke ich halt manchmal nach. Und... Noch eine Neuigkeit ist, dass ich mir jetzt noch eine Nummer hole von Vodafone oder sonst was. Ähm... Eine Handynummer. Und dann wird es eine WhatsApp-Selbsthilfe-Gruppe geben. Also vielen Dank nochmal für den Kommentar. Und wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Ich werde die dann bald auf Instagram veröffentlichen. Und dann können wir uns gerne dort austauschen über eure Probleme oder Fragen oder Geschichten. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Denkt daran, ihr seid gut, so wie ihr seid und schön, so wie ihr seid. Und bis zum nächsten Mal.